Hallo, Hannes. Grüße, Fabian. Hallo. Hallo, Fabian. Grüße, Hannes. Hi, Hannes. Dein Idol als Kind? Ronaldo, der von Brasilien. Zanetti. Wann und wo startete deine Fußballkarriere? Am Ritten, wenn ich in drei Jahren etwa. In Saloum. Deine Lieblingsmannschaft? Inter. Inter-Meinhardt. Wieso ist Fabian dein Zimmerkollege? Verstehe ich auch nicht. Einen Tag. Wieso ist Hannes dein Zimmerkollege? Ich habe mich einfach gut rausgekommen. Eigentlich ist eine Zahl keiner rausgesucht und es war einfach zufällig. Wer von euch ist attraktiver? Es müsste eine andere entscheiden. Aber ich glaube, die Frau ist nicht schwach. Ich glaube, Hannes. Muss ich schon ehrlich sein. Wer ist Eitler? Er. Johnny, Hannes. Wer ist pünktig ab? Beide. Beide, Beide. Wer spielt besser? Er. Wer ist schneller? Weiß ich nicht. Beide nicht lang so. Uhu. Heu. Heu. Ich bin schneller. Wer hat die bessere Technik? Ich. Alles. Wer kennt ihr besser mit den Frauen? Ich. Er darf jetzt nicht sagen, oder? Nein, ich glaube, wir sind beide fast von Hause. Nein, nein. Bede, Monika. Wer fährt der schönere Auto? Nein, nein. Gleichstand. Die. Wer geht im Hotel früher schlafen? Wir sind zusammen im Zimmer, dann sind wir zusammen schlafen. Happy, Moni. Wer steht im Hotel früher auf? Eigensgleich. Die Bärde zu weich. Wer achtet mehr auf die Ernährung? Ich. Doch eines. Heute bin ich eine Katastrophe. Berge oder Meer? Winter, Berge, Sommer, Meer. Meer. Wein oder Bier? Beides. Beides. Pizza oder Knöbel? Pizza. Pizza. Boken oder Warten? Warten. Warten. Komm mal mit. Adidas oder Nike? Nike. Nike. Merkurium. iPhone oder Samsung? iPhone. iPhone. Eine Stärke des anderen? Puh. Stärke. Sein Siegeswillen? Fussballen oder allgemein? Im Allgemeinen. Er ist ein takter Bub. Alles passt, alles perfekt. Nein. Eine Schwäche von Fabian? Seine Naivität. Eine Schwäche von Hannes? Eida. Ist eine gute Frage. Schmerz. 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 Mach. Ich kann dir nicht sagen. Nichts sagen. Was wolltest du Fabian immer schon mal sagen? So richtige Nervensektisch. Was wolltest du Hannes schon immer mal sagen? Das ist immer auf den Sack, gell? Grüße jemanden, den du willst. Meine Familie, meine Freunde und meine Freundinnen. Meine Freundin. Und den Hannes. Euer Hannes. Machst du.